Es gibt dem Reißhörg, dem Alex, die Möglichkeit, dass er sich sozusagen ein Pferd rauspickt und mit dem dann arbeitet. Und wenn man sich jetzt gerade mal die anderen sechs Schirme anschaut, da sieht man wirklich, die stehen da seelenruhig und warten einfach, was kommt als nächstes, was passiert. Solange kann Alex wirklich ganz in Ruhe mit einem einzelnen Pferd arbeiten. Sie können gerne klatschen, meine Damen und Herren. Auch diese Lektion ein hoher Kratz an Balance hat für dich. Das Pferd steht auf drei Beinen, dreht sich um die eigene Achse. Und wenn das funktioniert, dann wird es mich gelohnt und auch in der Show machen, da unsere Reißhörer überhaupt keine Ausnahme. Weil man möchte einfach den Pferden sagen, wir sind jetzt in der Show. Ich begrüße hier bei uns mit einem Applaus unseren Ehrengast, die Marie Bäumer. Ja! 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 Ja, das andere Mal 생 contribute Doει. Ja! Es ist aber wichtig, dass man den Tor sieht. Jetzt muss gemeinsam geararbeitet werden und auch das ist natürlich für Alex Dorner überhaupt kein Problem. Hallo Marie. Hallo Marie! Hallo Marie. Hallo Marie! Pferde sind in dieser Umgebung absolut entspannt, sie wissen, sie können sich auf ihren Menschen verlassen, haben ihr Pferdentier gefunden. Pferde sind in dieser Umgebung nicht nur in dieser Umgebung. Pferde sind Fluchttiere und wenn Pferde liegen, dann sind sie natürlich sehr angreifbar. Heißt, wenn ein Pferd in eurer Gegenwart liegen bleibt, dann ist das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch wirklich sehr, sehr weit oben. Sie fühlen sich sicher, sie wissen, dass ihnen nichts passiert, wenn sie jetzt liegen bleiben und geben sich komplett dem Menschen hin. Und das ist wirklich ein Produkt von langer Arbeit, von jahrelanger Arbeit, täglicher Arbeit, um an diese Möglichkeit ran zu kommen. Einmal hierher.